Ist ordentlich, da sehen Sie auch an der Weite. Je besser die Windverhältnisse werden, desto weiter muss es dann gehen, um die Flügel zu übernehmen. Es ist sogar am Limit, dem Mittelteil. Kommt er sicher auf die Luft? Nein! Oh, wei, wei, wein! Es ist genau das passiert, was vorhin schon mal angedeutet war.